Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few und dem Beagle. So, ich muss rausfinden, wo das letzte ist. Das ist irgendwie da oben. Okay, also doch da oben. Das heißt, ich muss wieder meine Gasmaske aufsetzen. Ich glaube, wenn ich die Motör-Lane verbreite, um die Grille zu erzeugen, dann kann ich das nicht so gut funktionieren. Ja, aber wie? Okay, mal sehen. Wartet mal. Kann ich vielleicht von da oben was machen? Nee. Kann ich da auf dem Klettern? Was macht der da oben? Komische Dudes sind komisch. Da komme ich nicht mehr hin. Ich check's nicht. Aber da war doch. Ich check's schon. Da oben. Aber da war ich doch. Ob das Wasser so gut für mich ist? Ich weiß es nicht. Nein. Ich hab Wasser. Ich hab ausgeschaltet. Gut. Alter, was? Oh, come on. Oh Gott. Hab ich aber doch schon. Also, so langsam weiß ich endgültig nicht, was das Spiel eigentlich von mir möchte. Warte mal. Ähm. Es geht alles nach da hin. Es geht alles nach da hin. Es bringt mir halt aber auch nichts, weil, wie gesagt, da oben, ich glaube, er will mich durch die Tür lotsen, aber es bringt mir alles nichts. Nein, offensichtlich ja nicht. Nein, offensichtlich ja nicht. Ich denke, wenn ich mir die Motiline verratete, um die Gründe zu bewerben, dann mache ich's auch. Ach so, einfach in den Gift-Shot hier reingehen. Na gut. Habt ihr kleine Öffnung immer sehen? Ich denke, wenn ich die Motiline verratete, um die Gründe zu bewerben, dann kann ich mich verraten, oder was? Ich weiß es mir einfach nicht. Ich weiß es mir einfach nicht. Boah, Leute, das geht mir gerade richtig auf die Eier. Was? Ich habe doch alle Scheiß... Puh. Hab ich gemacht? Hab ich gemacht? Hab ich gemacht? Interessiert das Spiel noch nicht. Was? Heavens sake, doesn't anything work around here? Willst du denn jetzt auf einmal da hinten hin? Nee. Oh, Leute, ich finde diese Mission gerade einfach nur nervig, weil ich alles gemacht habe, was die vor mir wollten. Ach, nee, doch nicht. Endlich. Okay, ich kann jetzt diese schlussene Tür öffnen, ich hoffe. Ach so, ähm. Hopefully, dass ich jetzt hier raus kann, weil, wie gesagt, ich möchte gerne einfach hier raus. Ich bin jetzt hier raus. Bin ich jetzt etwa auf Joy? Oh Gott, ich bin auf Joy. Egal. Mit dem da oben? Soll ich mit dem da oben reden oder was? Mit wem soll ich hier reden? Und da bin ich doch reingekommen, oder? Soll ich mit dem Dude da oben reden oder was? Wo ist der Dude von da oben? Thank God you came when you did. I didn't realize he was patriotic like that. Look, I'm doing a newspaper story about how well you all holding up down here. I think I've read that article a few times. How well are you holding up down here? On good days we get more things working than break down. And on bad days? Like today, look, there's a big electronic board down there. Tells us what's broken. Ironically, that works perfect. Here's a diagram. Oh, look, it's time for my tea break. Ta-ra! Okay. This isn't a diagram. It's a letter. A permanent solution. Again. What kind of permanent solution is he thinking of? Whatever it is, I bet that's what got Gemma taken away by the doctors. Wo bin ich hier? Oh, ich wollte nicht sitzen. Ich wollte mich einblenden. Oh, ich bin auf einmal wieder normal. Faszinierend. Also wenn ich denen ihre Sachen klauen kann, dann mache ich das halt. Werkbank, Chemiesatz, Absturzspitze. Keine Ahnung. Aber warum? Aber warum? Leute, warum? Ich verstehe es nicht. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Egal. Ich stelle zu viele Fragen in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Gut, dann wollen wir mal gehen, weil wir haben es ja soweit geschafft. Habe ich die Uhr an? Ja, ich habe die Uhr an, ich dachte, ich bin gerade verwirrt. Die Großstinkerei. Okay. Ähm. Fein geschliffener Anzug. Perfekt. Wow. Was? Wo ist sie nochmal? Auf der ganz anderen Seite wieder? Ah. Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Holy moly. Ich habe ziemlich viele Dokumente gefunden. Wo muss ich hin? Hallo. Ach, da muss ich hin. Das heißt, ich muss hier in die Nuke. Oh, ist das so ein Pflänzchen, wie ich es brauche? Ja. Aber ich habe nur noch 23, ähm... Na, Öhmchen, wie ist so? Das ist jetzt... Bevor ich jetzt da reingehe... Oh, bloody hell. Oh, bloody hell. Oh, bloody hell. You are not authorized. Please clear the area immediately. Was? Äh, gar nichts. Nein. Der Kopf. Wow. So, und jetzt möchte ich zu... Ja, da möchte ich hin. St. George's Home. Vor allen Dingen, selbst wenn wir das dann alles in dem Labor gemacht haben, wir müssen ja auch zum Pirates District. Und ich bin da einfach schon irgendwo bei Part... Irgendwo Mitte 30 oder so. Und wir haben dann noch zwei Kampagnen. Ich hätte nicht erwartet, dass We Happy Fears so... Wie lang ist. Kein Plan, ob ich da nicht lieber, ähm... A Plague Tale Innocence lieber zuerst gemacht hätte. Aber ich habe ja gut, ich habe abstimmen lassen. Plague Tale kommt halt hier nach. Das steht für mich fest. Hatte ich euch ja schon mal gesagt. Aber ja, ne? Wollen wir mal. Was sind das eigentlich für... Achso. Oh, it doesn't kill you. What doesn't kill you makes you stronger. Was? Okay. Ich bin jetzt falsch gemacht. Oh Gott, den Doktor will ich wirklich nicht. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Nicht da, wo ich wollte. Ich will nicht wieder an dem Doktor vorbei. Nein, muss ich nicht. Mir geht's gut, auch ohne Joy. Ich bin ein glücklicher Mensch ohne Joy. Viel glücklicher als mit Joy. Ist das, was ich aber nochmal versuchen kann? Ne, mache ich nicht. Ich bin von hier aus aber auch komplett falsch gelaufen. Glaube ich dem wenigstens... Jetzt laufe ich richtig. Ups, sage ich dazu immer. Ups. Willkommen zu NewsHour. All sorts of amazing things have been going on in Wellingtonville. Wir müssen jetzt nicht mehr haben, Faith. Das ist alles. Sie wird wieder zurück mit der Koffie. Wir müssen... Oh, okay. Was war das denn jetzt? Oh, was ist das denn? Will ich natürlich eingesammelt haben. Keine Ahnung, was es heißt, aber ich will... Ähm, okay. Ich kann dann jetzt also zu meiner... Und ich bin mir... Ich habe mich mal die Koffie-Maschine gearbeitet. Ich bin mir der Koffie-Maschine für einen kleinen Koffie-Joel. damit hätte ich die alle ablenken können ja nun warum habe ich jetzt so viele ziele eingeblendet bekommen wir gehen jetzt mal am besten wir wollen ja jetzt zurück dann gehe ich jetzt durch die luke zurück und dann ist gut der miche doktor der kann mich mal ist aber auch fies dass da sind doch niemals jetzt wird man schon wieder warm durch die heizung noch ich habe noch drei minuten dann kann ich die heizung ausmachen weil ich kann jetzt schlecht aufstehen und die heizung ausmachen gehen ich glaube nicht dass es wirklich jesus aber egal der hippoclub was eigentlich mit dem hippoclub das kann ich beim hippoclub zu machen ich werde nicht lachen aber dieses spiel ich verstehe nicht wie man so viel richtig und gleichzeitig so viel falsch machen kann also das ist mir ein rätsel wie gesagt vieles an dem spiel ist richtig vieles aber auch nicht ich will den hippoclub einmal mehr angucken was ist das das ist nicht hier der hippoclub ach da war ich drin niemand versteht diesen hippoclub aber ich war da drin so wo gehe ich denn jetzt am besten da nicht ich hoffe dass ich jetzt auch bis dahin gehe dahin gerannt bekommen und dann ist gut für die folge heute ein bisschen was haben wir geschafft und dann geht es nächstes mal in die stube von dem guten doktor so geschafft wie viele fähigkeitspunkte habe ich zwölf schon wieder so okay ich finde boah da kommt auch noch grüne suppe raus ich mache dann jetzt hier ein cut rein wie gesagt wir sehen uns nächste mal wieder ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag und haut rein ich wünsche euch ein ich wünsche euch an